Schafft. Schaut. Nicht gut! Nein, gar nicht gut! Eieiei! Eieieiei! Und raus! Das lässt sich noch voll abprallen! Schön genommen. Schön rausgespielt! Ja! 3, 2, 3! Viel zu spät! Viel zu spät... Warum denn? Treibmal kann er gespielen. Eine Ansage. Oh, das schöne Stau, da hätte ich alle gewöhnt. Was macht denn der da auf den Ausflug? Was macht denn der, der nächste? Die gesoffen gestern Abend, oder was? Heute Abend. Das war der klassische Alex Walter. Heute auf jeden Fall. Dominik, wollen wir nicht an die Gaststätte gehen? Ja gut, wir wollen's gehen. Weiter, weiter. Ja! Nur mal vernünftig. Walter! Die spielen ja auch nur unter Flugwechsel. Natürlich sind das nur unsere. Wir müssen auch 19 Minuten schaffen. Auf zu meckern halt nicht. Erster Tor! Ja! 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 11! 11! 11! 11! 11! 11! 10! 11! 10! 11! 11! Come up here! Köln! 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 Wer sich Messe Berlin noch nicht verfahren hat? Also so schwach, war ich sauer, Alter. Ich wär fast wieder nach Hause gekommen. Nehm jetzt mein Schatz. Jetzt bin ich mal hier mitgebracht. Der Megaband-Tusch. Komm hier auf den Kopf! Ja! Ja! Zieh auf! Warum denn das? Ja! Ja! FCN! 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 Ja! Ja! Geht doch! Jetzt hab ich gedacht, warum spielt er hier? Aber der war überlegt. Ich hab's so wieder gedacht, seit der Juni ist wieder. Das Ding hat ich so wieder mit. Ja! Ich hab's so wieder mitgebracht! Ja! 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 Abgekehrt, nicht bei mir. Auf das Weg! Ja! Ja! Ich sag mal, dieses Team, das ist ein Schicksal. Das ist schon mal gesagt, falsch dein Name. Da kennt er keiner hier. Ja! Ja! Jawoll! Wo kommt der denn hin? Raus da den, raus! Vielen Dank! Das hat aber bei uns geschiffen. Ah! Ja! Ja! Ja, wir sind auch gemeistern, oder? Ja, wir sind weg! Er hat das zwei, drei Mal mit mir gelandet, ich brauche mich nicht mehr an. Komm, wir haben hier! Was? Was? Was heißt die denn so? Bagage, Alter! Findest du ein Schritt mit dem Team? Bei uns? Ja, wer ist das... Bei uns... Die Biennäu... ...dessen wir schön.